Nach inzwischen doch einigen Spielstunden in Battlefield 2042 kann ich nun endlich ein kleines Zwischenfazit fällen und insgesamt gefällt mir das Spiel weiterhin sehr gut, das habe ich ja auch schon im Ersteindruck gesagt. Trotzdem sind mir inzwischen natürlich auch Punkte aufgefallen, die nicht so gut laufen, aber auch Punkte, die ich besonders gut finde und was das für Punkte sind, werde ich euch jetzt in meinem Video verraten. Fangen wir mit etwas Negativem an, wo ich lange hin und her gerissen war, wo ich damals bei der Beta dachte, eigentlich ist das doch ganz geil, aber ja, je länger man spielt, desto mehr fällt auf die Maps. Gerade die neuen Maps, die sieben Stück, die komplett neu für Battlefield 2042 gemacht wurden, sind stellenweise dann doch einfach zu groß ausgefallen, weil es gibt Momente, ja, da kommt das typische Battlefield Flair auf, da tummeln sich so viele Gegner und Helikopter und Panzer und alles drumherum und da geht einfach die Post ab, aber es gibt genug Momente, gerade wenn man mal unglücklich spawnt oder einfach kein vernünftiger Spawnpunkt zur Verfügung steht und man gefühlt Ewigkeit durch die Pampa laufen muss, dann hat man auch das Gefühl, irgendwie ist hier nichts los und dann sind so drei, vier Spots auf der Karte, da geht die Post ab und der Rest ist so ein bisschen tote Hose. Zugegeben, das ist nicht immer der Fall und man ist ja auch oft einfach selbst schuld, wenn man an der falschen Stelle spawnt, das passiert mir inzwischen eigentlich relativ selten und natürlich kommt es dann umso mehr auf das Teamplay an, dass man eben nicht andauernd irgendwo frei herumläuft, sondern bei seinem Team ist und dann bei seinen Teammitgliedern auch wieder spawnt. Aber sollte das mal schief gehen, dann merkt man das umso mehr, dass die Maps teilweise dann doch etwas zu groß ausgefallen sind und ich würde mir einfach wünschen, dass das in Zukunft etwas verändert wird, bei möglicherweise neuen Maps, da würde es schon helfen, teilweise einfach mehr Gebäude vielleicht oder mehr, ja einfach, wie soll ich sagen, kleinere Gebiete mit auf die Karte zu packen, wo einfach zwischendurch auch mal ein bisschen was los ist, weil diese gesamten weitläufigen Gebiete, da ist einfach, das sieht zwar gar nicht so schlecht aus, aber das ist einfach dann doch ein bisschen zu weitläufig. Wo wir dann bei einer positiven Sache sind, ich möchte das jetzt ein bisschen abwechselnd machen, denn was ich positiv anmerken möchte, ich für meinen Teil, und ich spiele es auf der Playstation 5, bin optisch sehr zufrieden mit dem Spiel. Ja, es ist mit Sicherheit nicht das hübscheste Spiel aller Zeiten, was jemals erschienen ist, aber für einen Multiplayer-Shooter, welcher auch noch Cross-Gen erscheint, ist das schon wirklich eine verdammt hübsche Sache. Ja, wie ich gerade gesagt habe, gerade aufgrund der großen Maps gibt es einfach Momente, wo man von A nach B läuft und da ist dann nicht so viel los und dann ist das Ganze jetzt auch nicht so richtig spektakulär. Aber wenn dann doch mal so ein Sandsturm oder ein Tornado wütet, wenn dann Panzer und Flugzeuge oder Helikopter in der Nähe sind und dann gibt es fette Explosionen und daneben fliegt vielleicht wirklich noch der Tornado um die Ohren, dann geht da wirklich die Post ab und das Ganze sieht schon irgendwie geil aus und allein auch die fette Sichtweite, die man hat, die gefällt mir richtig gut. Von daher, ich muss sagen, aus optischer Sicht ist Battlefield 2042 schon für meinen Geschmack eine richtig geile Sache. Aber so sehr mir dann die Optik gefällt und ich habe es ja gerade schon erwähnt, die Sandstürme und die Hurricanes oder Tornados sind schon ziemlich geil, aber am Ende muss ich leider auch sagen, was ich in mehreren Fachmagazinen ja auch gelesen habe, dass das Ganze so ein bisschen ein Beiwerk ist. Ja, also da wurde viel mehr darüber gesprochen und viel mehr daraus gemacht, als es dann tatsächlich ist. Also ich meine, geil sieht es aus und ja, es verändert den Spielfluss schon so ein bisschen, aber eben nicht so gravierend wie es früher bei Battlefield 4 oder Battlefield Hardline und auch teilweise auch zuletzt bei Battlefield 5 der Fall war. Zugegebenermaßen muss man sagen, auf den meisten Maps sind es viele Hochhäuser und so ein Hochhaus zum Einstürzen zu bringen wäre eine geile Sache, dass das nicht mal einfach so möglich ist, ist aber auch irgendwo verständlich, aber dann hätte man das irgendwie anders lösen müssen. Es hätte viel mehr kleinere Gebäude geben müssen, die wirklich zerstörbar sind und auch andere Sachen, die zerstörbar sind. Von mir aus auch einfach, dass der Boden irgendwie deformiert werden kann oder so. Irgendwas, wo man mehr das Gefühl hat, die Map verändert sich stetig. Das, wofür Revolution eigentlich steht. Und das ist momentan, nach meinem persönlichen Empfinden, etwas zu wenig gegeben. Da wir ja immer schön im Wechsel machen, ist es jetzt wieder an der Zeit für was Positives und ich finde, dass der Umfang von Battlefield 2042 auch vom Start weg recht umfangreich ausgefallen ist. Sieben Maps plus sechs Geremakte ergibt schon 13 Karten zum Start, das ist nicht verkehrt. Und drei, ich sag mal, große übergeordnete Modi, All Out Warfare, wo es dann eigentlich zwei Modi gibt und zwar einmal Durchbruch und einmal Eroberung. Dazu gibt es dann den Modus Hazard Zone, der komplett neu für das Spiel, ja, entwickelt wurde, der eine Mischung darstellt aus Escape from Tarkov, aus der Dark Zone von The Division, ein bisschen was von Counter-Strike, ein bisschen was von dem Battle Royale. Also das ist wirklich ein ganz eigener Stil, der aber sich an mehreren anderen Stilen und Spielen bedient. Und der letzte Modus ist dann Battlefield Portal. Das ist so dieser große Sandkasten, wo auch wir als Spieler die Chance haben, komplett eigene Spiele, Ideen und Spiele und, ja, einfach alle möglichen Wünsche sich zu erfüllen und zu sagen, wir machen alte Maps oder wir machen neue Maps und alte Maps oder wir machen Team-Deathmatch, wir machen Free-for-All, wir machen nur Pistolen, wir machen nur Messer, wir machen, ähm, was weiß ich, nur Fahrzeuge. Du kannst dir alles Mögliche ausdenken. Da habe ich auch ein eigenes Video zu gemacht, da könnt ihr oben gerne mal reinklicken, wenn ihr mal wissen wollt, wie ich diesen Portal-Modus so finde. Aber der ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und alleine dieser Umfang aus den verschiedenen Modi, die du allein in Portal basteln kannst, plus Hazard Zone, plus All Out Warfare, da muss ich sagen, ist das schon ein gar nicht mal zu unterschätzender Umfang und allein vom Start weg bedeutet das schon unzählige Stunden Spaß. Um am Ende richtig viel Spaß haben zu können, ist natürlich ein gutes Balancing entscheidend, vor allen Dingen das der Waffen und da gibt es noch ein paar Schwierigkeiten. Dementsprechend so als Gelegenheitsspieler, der hin und wieder mal ein, zwei Stunden spielt, da fällt das vielleicht nicht so schwer ins Gewicht. Aber auch mir ist aufgefallen, ja, die Sturmgewehre zum Beispiel, das sind geile Waffen, ich benutze die einfach immer wieder gerne. Da gibt es verschiedene Aufsätze, man kann teilweise mit einem leichten Zoom, mit dreifach oder vierfach Zoom, kannst du mit so einem Sturmgewehr auch mal auf so eine Mitteldistanz arbeiten und das geht im Battlefield 2042 einfach zu selten, weil die Waffe zu stark verzieht, beziehungsweise vor allen Dingen teilweise die ersten Schüsse komplett daneben gehen und das hat aber DICE schon versprochen, dass man daran auch arbeiten will. Ich denke mal, diese Waffen muss man ein bisschen stärker machen, weil sie momentan spätestens ab Mitteldistanz schon relativ nutzlos sind, wobei, wie gesagt, für mich als Gelegenheitsspieler funktioniert das trotzdem, weil ich auch mit anderen Waffen nicht so präzise schießen könnte, dass ich den Unterschied unbedingt wahrnehme. Festzuhalten gilt final natürlich, dass es gar nicht um die Frage geht, ob DICE noch ein wenig an den Waffen und am Balancing schraubt, sondern eben, wann sie es tun und wie sie es tun werden. Und ganz jüngst wurde ja auch angekündigt, dass eben noch ein großer Plan bevorsteht. Allein in diesem Jahr sollen noch mehrere Updates folgen und das jüngste ist ja jetzt auch nochmal erschienen und da geht es auch schon eben um das Balancing der Waffen. Da sollen vor allen Dingen auch die Gewehre einen geringeren Spread, also wie man auf Deutsch wohl sagen würde, eine geringere Streuung haben, sodass dann gerade auch Einzelschüsse oder Salven eben auch besser funktionieren sollen, als es bisher der Fall ist. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Plus und das ist nämlich Battlefield Portal. Das möchte ich nochmal separat aufführen. Ja, ich habe schon gesagt, es gibt viele Modi, die insgesamt viel Spaß bedeuten können, aber alleine Battlefield Portal ist eine richtige Bereicherung. Das hätte meiner Meinung nach ein eigenes Spiel sein können, so gut ist das eigentlich, die alten Maps nochmal zu spielen, mit alten Waffen, mit den alten Klassen oder auch diese alten Klassen zu verwenden auf neuen Maps, auf kleineren Teilen dieser Map, vielleicht auch gar nicht in Eroberung, sondern eben in Team-Deathmatch und dann im Team nur zu versuchen, mehr Gegner zu killen, als man im eigenen Team verliert und das auf alten Maps oder auf den neuen Maps, das macht einfach mega Laune, auch eben mit den alten Flugzeugen zu fliegen oder die alten Panzer zu fahren. Eine richtig coole Idee und das, ja, man könnte sagen, auch im jetzigen Stadium ist so ein bisschen, was den Arsch gerettet hat von DICE, weil das funktioniert einfach richtig gut und das ist wirklich eine mega Bereicherung. Aber jetzt kommen wir noch zu einem Contra und das ist ebenfalls Battlefield Portal, denn so geil dieser Modus ist, aber auch da möchte ich noch erwähnen, es geht noch besser. Man kann noch mehr hinzufügen, meiner Meinung nach. Es gibt ja zum Beispiel die Begrenzung, man hat eine Map-Rotation, die man definieren kann und da kannst du einstellen, welche Maps sollen überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich spiele nicht 64 gegen 64, sondern vielleicht, keine Ahnung, 16 gegen 16, egal ob Eroberung oder Team-Death-Match oder was auch immer, dann macht es natürlich Sinn, kleinere Maps zu nehmen, als die sieben neuen Karten. Und da hat sich DICE schon gedacht, na klar, du kannst ja auch kleinere Teile der Map auswählen, um eben auch ein kleineres Gefecht möglich zu machen. Und da würde ich mir zum Beispiel einfach wünschen, dass man gesagt bekommt, ja, du kannst das nicht nur in drei Stufen variieren, sondern in fünf oder sechs, sieben Stufen sogar, ja, dass man sogar teilweise auswählen könnte, ich will so ein ganz kleines Stück, ja, nur 10% dieser Riesen-Map, weil ich da einfach nur ein 8 gegen 8 sogar machen möchte, ja, oder einfach nur 10 Leute free for all, ja, einfach nur Deathmatch quasi. Und das ist sehr schade. Es ist vordefiniert nicht nur, wie groß die Map ist, sondern auch, welcher Teil der Map das sein wird. Und stellt euch mal vor, alleine die großen neuen Maps von Battlefield 2042, die sind so riesig, wenn man einfach nur ein kleines 8 gegen 8 machen will zum Beispiel. Da könnte ich aus einer einzelnen Map wahrscheinlich schon fünf einzelne kleine Maps machen, wenn der Portal Builder, also sozusagen das Programm, mit dem man das eben gestaltet, wenn mir das frei zulassen würde, welches Quadrat ich quasi nutzen möchte für dieses Team Deathmatch oder für die Eroberung. Und also dementsprechend, da wünsche ich mir noch ein paar Möglichkeiten mehr. Dann ist der Modus noch perfekter, als er eigentlich eh schon ist. Trotz all der Kritik und trotz all der Schwächen, die das Spiel natürlich auch hat, muss man fairerweise zugeben, aber Battlefield 2042 ist einfach ein geiles Spiel. Es macht wirklich Laune, es macht viele Sachen richtig, es sieht gut aus, es macht einfach Spaß. Es ist ein typisches Battlefield-Erlebnis. Und wer genau sowas mag, wer auch eben diese Action möchte, dass man auch als Infantarist mal gegen Fahrzeuge, gegen Panzer, gegen Flugzeuge antreten muss, dass man auch mal Flugzeug gegen Flugzeug machen kann oder mit dem Panzer unterwegs sein kann und dort Gebäude in Schutt und Asche legen kann, auch wenn eben nur auf den alten Maps das vor allen Dingen sehr gut funktioniert. Der ist hier wieder bestens aufgehoben, das ist meine Meinung. Und man muss natürlich sagen, ja, es wäre schöner gewesen, wenn alles jetzt noch runder funktionieren würde, aber machen wir uns nichts vor, da steckt genug Geld dahinter, da wird im Laufe der nächsten Wochen und Monate auch noch weiter gepatcht und gebalanced, sodass ich felsenfest davon ausgehe, dass Battlefield 2042 im Laufe der nächsten Wochen oder Monate auf jeden Fall wieder ein richtig geiles Spiel werden wird, so wie es auch für meinen Geschmack Battlefield 5 gewesen ist. Und das muss man einfach auch nochmal als Pro sehen, dass das Spiel an sich funktioniert. Und das ist meine Meinung, aber ich finde Battlefield 2042 ist ein geiles Spiel. Einen letzten negativen Punkt will ich dann aber noch anmerken, denn ich habe ja gerade gesagt, DICE wird noch ordentlich viel patchen und balancen und das werden die auch mit den Waffen tun müssen. Und ich möchte auch anmerken, generell muss noch ein bisschen gebalanced werden, das ist meine persönliche Meinung, auch gerade was Fahrzeuge betrifft. Ja, es bedarf natürlich einige Fahrzeuge auf der Map, weil die Maps einfach so groß sind, aber manchmal sind dann doch ein paar Panzer zu viele unterwegs und manchmal sind, also manchmal fällt einfach auf, dass einige der Fahrzeuge dann doch zu gut gepanzert sind und zu mächtig sind. Aber ja, irgendwie war das schon immer so, dass natürlich man als Infanterist, wenn man dann auf Panzer trifft oder auf einen guten Hubschrauberflieger oder so, dann hat man einfach keine Chance. Wenn ein richtig guter Pilot genau weiß, was er tut, dann ist man als Infanterist oft aufgeschmissen und das ist bei Battlefield 2042 natürlich keine Ausnahme, aber ein bisschen kann man da auch noch dran arbeiten. Puh, und die Liste war also gar nicht mal so kurz und ich habe jetzt ordentlich viel gequatscht, aber das sind so meine Empfindungen nach eben locker 15 oder vielleicht 16, 17 Stunden. Am Ende interessiert mich natürlich wie immer eure Meinung, sagt mir sehr gerne, ob ihr Battlefield 2042 schon spielt und wenn ja, wie es euch gefällt und was ihr für Pros oder Cons habt. Und bei der Gelegenheit lasst mir bitte auch sehr gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und demnächst gibt es noch weitere Videos, nicht nur zu Battlefield, sondern auch zu allen möglichen anderen Spielen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei den nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.